Stefan, warum sollten sich denn Präventionsexpertinnen den Online-Kongress Pioniere der Prävention anschauen und welchen Mehrwert wirst denn du mit deinem Input liefern? Also der Mehrwert, der für die Teilnehmer rauskommt, hat unterschiedliche Facetten. Einmal verstehen sie, wie es zu Arbeitsunfällen kommt, sie verstehen, was sie tun können und sie erkennen, was sind die Zusammenhänge zwischen Kultur, Führung und Arbeitssicherheit. Weiter kriegen sie mit, aus meiner Sicht, die essentiellen Schritte eines Kulturveränderungsprozesses. Das ist eine Blaupause, Führung wahrzunehmen oder einen Kulturwandel zu gestalten. Ich zeige die vier wichtigen Schritte in der Kulturveränderung und dann kriegen sie noch mit, gerade für Prozessbegleiter wichtig, also für Leute, die dann so einen Prozess steuern. Was sind die fünf wichtigen Dinge, die wir verstehen müssen und über die wir achten und umsetzen? Das ist das, was einem Mehrwert von Teilnehmer rauskommt und ich glaube, es lohnt sich, das Video anzuschauen. Da bin ich mir ganz sicher. Ich freue mich schon sehr auf deinen Input. Dankeschön, lieber Stefan. Gerne. Wir sehen uns. Gerne. Untertitelung des ZDF, 2020